. . . . . . Hey, Trump. Ja, Henry. Ich habe keine Bock mehr essen. Ja, es ist voll scheisse. Hey, stopp! Was macht ihr denn da? Das ist nicht gut für die Umwelt. Bitte hört auf, mal, verdammt meine Molle! Hey! Du, Hure, Spinnerin, hast uns gar nichts zu sagen. Haben wir uns verstanden? Hey, Tung. Verdammt meine Molle, also nein, das geht gar nicht mehr so weiter. Nein, das geht ihr anzeigen. The next day. Hey, Henry, ich habe fett keine Bock mehr auf den Hamburger. Gell, Hamburger sind so gross geworden von Meg. Hey, also, das geht nicht mehr so weiter. Ihr könnt mir das wirklich anzeigen. Nein, das ist Food Waste, was nicht alle machen. Nein, das geht nicht mehr so weiter. Es tut uns mega leid. Es kommt nicht mehr vor, wirklich. Komm, Henry, Heide, lass gehen. Ade. Also bitte, das geht wirklich gar nicht mehr so weiter. Nein, immer wieder treffe ich die Kinder und tun Food Waste. hier, mit dem Körper. Ich bin schon imλ 2 bisher, das geht nicht mehr so weiter. Ich bin klar, endlich aber doch weiter. Ich bin sicher, wiroben werden sehr, noch in drei Finger zu Ende Pepper. Ihr wisst ja hier.